Guten Abend und herzlich willkommen bei KLA-TV. Auch heute informieren wir Sie wieder über den schleichenden EU-Beitritt der Schweiz. Wieso laufen zwischen der EU und der Schweiz Verhandlungen über ein Rahmenabkommen, während der Bundesrat gleichzeitig bezüglich der Masseneinwanderungsinitiative mit Brüssel verhandelt? Mit der Zielsetzung, einerseits die Zuwanderung wieder selbst zu steuern und gleichzeitig die bilateralen Verträge mit der EU nicht auf Spiel zu setzen, steigt der Schweizer Bundesrat gemäss dem Willen des Schweizer Volkes in die Verhandlungen mit Brüssel ein. Es ist dabei jedoch äusserst fragwürdig, dass der Bundesrat parallel dazu auch noch Verhandlungen über das sogenannte Rahmenabkommen mit der EU führt. Das wirkt wie ein Täuschungsmanöver. Das Rahmenabkommen nämlich würde die bilateralen Beziehungen, also die Kooperation gleichwertiger Vertragspartner auf Augenhöhe, beenden. Zur Erinnerung, die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU wurden in Kraft gesetzt, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Mitgliedern der EU auf politischer, wirtschaftlicher und auch kultureller Ebene zu regeln. Dieses geplante Rahmenabkommen aber würde die Schweiz zu einem Untertanenstaat verkommen lassen, der in Zukunft nur noch nach dem Willen Brüssels tanzen soll. Es würde die Minderwertigkeit der Schweiz gegenüber der EU zementieren und schleichend in die EU führen. Die Operation Rahmenabkommen muss umgehend abgebrochen werden, weil dies nicht dem Willen des Schweizer Volkes entspricht. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, dann bleiben Sie doch dran. Hiermit übergeben wir an das Studio Zürich. Schön, dass Sie dabei waren. Einen guten Abend.